Und wir sind natürlich bei Sankawa am Start, Leute. Ganz klar. Dumm. Einfach nur dumm. Okay, der kann das... Okay, was war da? Oh, ist das bescheuert. Was ist das denn? Mann, please. Was macht der da? Oh, oh. Alter, will der mit dem Hammer einen Fisch besiegen? Hä? Gar nichts gecheckt. Gühlig, auf jeden Fall. Eingefrorenen Fisch. Was ist das? Hä? Was soll das? Ähm, also, äh, also... Hat aber auch ein Gesicht, immer. Was ist denn das, ey? Oha, einfach Geld oben. Na, oh Gott, das tat... Zwei Wochen später sieht das so aus. Oha. Schwangere Frau am Trainieren? Crazy. Der Typ ist so gottlos. Was ist das für eine Schlange? Crazy, wie die die anpackt, ey. Hä? Wie geht das? Ähm. Ah, ja. Ich check gar nix. Okay, warum zur Hölle guckt da so ein Baby? Das kenn ich mit dem Pferd. Safe, das kenn ich. Das ist so dumm. Zwei mal Eis halten. Macht der kleine Bruder seinem Großen alles nach. Ah, outplayed. Fährt er da gerade mit einem Löffel Auto? Ja, dann ist Feierabend, wenn der abbricht. Yo, was ist denn da mit dem Haus passiert? Klar, er war dann auch drin. Wer kennt ihn nicht? Was ist das? Ich check gar nix. Bruder, da war das gerade die Jatelle aus der Hölle. Scheinbar. Was macht der hier? Wie viele Streichhölzer hat der denn? Ey, warte mal ganz kurz. Er gibt an, dass er Japaner ist, ne? Also er sagt, er ist Japaner, aber irgendwie ist das gar nicht die japanische Schriftart. Leute, wer ist Profi von euch? Schreibt mal in die Kommentare, was das für eine Sprache ist. Aber ich glaube, es ist ein Mandarinen eher oder so, ne? Glaub ich. Klassiker. Habe ich auch noch nie ausprobiert so richtig. Nur... Steckt da jemand... Oh Gott, hat der mit der Falle den Fernseher kaputt gehauen? Mann, was für... Ja, da würde ich auch wohl befallen. Zeigt der Typ mir eigentlich gerade den Mittelfinger, ohne mir den Mittelfinger zu zeigen? Das weiß ja nicht. Okay, eins, guck mal. Bäm, bäm, bäm. Wies. Okay, das guckt mir doch. Ey, ne, ich find den so gut. Ich find den sogar... Ah, Bruder. Weiß ich jetzt... Oh. Fällig. Jetzt hat er's geschafft. Was haben wir hier? Er schlägt auf irgendjemanden... Car-Launch 2023. Ist das Pima G-Drive? Spiderman. Kabel weg. Okay. Da waren richtig viele Schafe und er ist da mittendrin gefangen. Ich find das geil, wie er jedes Video hops nimmt. Yo. Oh. Okay. Dinger, wer hier lacht... Wer hier lacht, kommt in die Hölle, Freund. Das muss ich mir doch mal ansehen. Oh, please. Ich sag nicht, warum. Leute, ich muss umschalten, Dinger. Ich schwör's euch, sonst passiert hier noch... Hab ich schon Bock. Ihr guckt mal rein. Oh, Dinger. Miese Spinne. Ich find die süß. Also, ganz ehrlich, könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist nicht eklig. Ich hab... Ich hab, äh, schon Spinnphobie. Aber guck mal, die süßen Augen da. Da kannst du... Du kannst doch nicht meckern, Dinger. Schon süß, ne? Oder? Ich find das Ding niedlich. Was ist das? Oh! Wie cool! Oh, Leute, guck mal! Okay, das ist schon ziemlich süß. Äh, was ist das, Dinger? Was ist das denn? Leute, bei wem sieht das Zimmer so aus? Welches Zimmer ist es von euch? Bei wem sieht das Zimmer so aus? Bei mir. Lena. Lena, ich wusste es! Bei Lena sieht das Zimmer so aus. Digga, das wird so stinken da drin. Abfall. Was gehen wir hier? Was geht hier ab? Oh, Drohnenlichtshow, Leute! Die. Crazy. Was geht bei den Doggos ab? Die chillen hinten richtig brutal im Auto, Mann. Guck dir das an. Weil da eine Sirene vorbeifährt. Okay, die hat zu Hause ein paar Skorpione gefunden. Wer kennt die nicht, Alter? Ein paar Skorpione zu Hause. Sieht so aus, als wären das Babys von der, ne? Ja, da noch einer. Einfach ein Skorpionennest? Was geht denn hier ab? Kerzeneis nennt sich das, Leute. Lol. Krass. Digga. Der Hund einfach darauf getrimmt, wenn jemand Geld reinsteckt, High Five zu geben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auch hier mit der Pfeife im Mund. Ich mein, Digga, der sorgt für seinen Lebensunterhalt. Aber ich weiß natürlich, wo das Geld hingeht. Ist schon ein bisschen komisch, ne? Digga, du musst erst mal Geld reinschmeißen. Oh, was geht hier ab? Was ist das denn für ein Fahrrad? Bruder! Yo! Das schockt! Geiles Fahrrad. Der Hund. So trinkt er aus seinem Napf. Stell dir das drinnen vor, ne? Stell dir das mal drinnen vor. Bruder, hat der da gerade ein Trampolin auf sein Auto gelegt? Das gibt's auch wieder nur in Ohio, Alter. Ich sag dir, wie's ist. Wenn du mit dem dreckigsten Auto noch ein Trampolin... Also, ich bitte dich, Bruder. Aber da... Also, wer kommt denn auf die Idee, sowas zu machen? Ohio! Ihr wisst genau, wie's läuft. Ey, ich schluss dir, Leute. Like, Digga, wer mich in so einem Auto sieht. Soll ich mal mit dem Auto Trampolin und dann Livestream machen? Auf chillig. Das ist nicht sein Ernst, ne? Oh, geil, Mann. Das sieht auf jeden Fall cool aus, wo der da ist. Temple Run in real life, Leute. Chillig, chillig auf jeden Fall. Oh, das wird ein geiles Ding. Das füllt sie nämlich komplett aus, glaub ich. Und dann füllt sich das nämlich wieder. Ah, ist clean. Ah, das gefällt mir. Sneaky Versteck auf jeden Fall. Hat sie ihn mal bekommen. Leute, das ist richtig krass. Davon hab ich schon so einiges gesehen. Das hier ist jetzt gerade in Japan, aber sowas gibt's auch gerade in dem asiatischen Raum voll oft. Bro, dann stehen die hier alle und gucken diese Tafel an, weil das so echt ist. Guck dir das mal an. Wie die Katze da rausguckt. Digga. Zu krass. Schon wild gemacht. Wie zur Hölle ist das hier möglich? Kann's auch nicht sagen, aber irgendwie anscheinend. Digga, wie nah hat der bitte das Auto geparkt? Krass. Oh, das Game feier ich mega, Leute. Das Game ist richtig chillig. Ich schwör's euch, Leute, das muss richtig fun machen. Oh, das war auch ein sehr, sehr nicer Wurf. Sieben Stunden hatte das gebraucht. Krass. Was geht hier ab? Auch nicht schlecht. Respekt. 35 Stunden. Wer kann mit Stäbchen essen von euch? Oh, wie cool. Oh, wie cool. Er ist einfach ein Hund auf den Baum geklettert, Mann. Oh, das Handy. Das Handy. Out. Und der Hund. Guck mal hier, Digga. Im Fernseher. Hunde sind so gut, Mann. Sie dachte, sie ist sicher vom Wasser. Oh, Gott. Ah, Leute. So was hatte ich tatsächlich auch mal. Ich war ja mal Polizist, der ein oder andere weiß ist. Leute, wir hatten mal eine ausgebüxte Gant. Das war so ein richtig großer Schwan. Ich schwör's euch, der war, also, der ging mir bestimmt locker bis zur Brust. Digga, einfach auf der Straße. Ich wollte gerade zur Arbeit fahren, zum Dienst, bei der Polizei. Und dann hab ich da angerufen bei meiner Arbeit und natürlich gesagt, Leute, ich kann gerade nicht. Ich muss hier mal was klären. Auf dem Weg zu meiner Arbeit musste ich so eine Gant von der Straße runternehmen und zum Bauernhof zurückbringen, wo die ausgebüxt ist. Richtig dumm. Aber ist schon so, dass man sagt so, okay, heute der Tag, wie, was kommt noch alles? Ähm, das war eine richtig lustige Geschichte und ich kann das hier total fühlen. Finde ich schon cool. Das finde ich cool. Was geht bei dem Hund ab? Yo, guck. Der Hund hinten. Hä? Hä? Was? Pkw? Pkw? Jo. Ist das krass, Mann. Boah. Guck dir den Typen mal an. Alter, der Baum, Junge. Da hätte ich ja richtig Angst. Krass. Krass. Wer denn mit der Enke bist du am Brudy? Boah, wo ist das denn? In der Schweiz anscheinend? Krass. So hard to get her up the hill. I feel bad for him, but it looks like she had fun. Bruder, einfach eine Achterbahn, die mit dem Fahrrad, äh. Also, echt jetzt? So tiny. Is it real? Guck dir mal das... Alter, wie klein ist der, ist der Hund? Crazy. Der bleibt vielleicht zu groß. Das Problem habe ich auch. Ich habe auch so einen ähnlichen Seifenspender, Leute. Das nervt richtig. Alter. Cooler Bär. Richtig cooler Bär. Yo, der clean, alter clean. Nicht schlecht. Er hat ein kleines Croissant bestellt, ne? Das bin ich, wenn ich Hunger habe. Safe, Leute. Das finde ich auch richtig wild, wenn man so die Haare schneidet, ne? Völlig crazy. Wie, wie passt der Hund durch diese Tür? Hä? Out. Zwei Hunde alleine gelassen. Oh, und dann sieht das so aus, ne? Aua. Sie hat gefragt, wer das war. Der Hund zeigt auf den anderen. Das ist der große Bruder. Das war, das war mein kleiner Bruder. Der war das. Was ist das denn für eine Tür? Bro, warum macht man so eine Tür? Ey, wie geil. Der Papa tut so, als würde der Kleine ihn da mit dem Auto rausziehen. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Digga, der Hund. Ist der aus Ohio oder was geht da? Ne, Mann. Der, der Hund ist smart. Ist ein Smart Move. Der Lehrer hat eine extra Note gegeben, wenn sie über Wasser laufen kann. Und sie hat's gemacht. Was geht bei dem Hund ab? Oh, das bin ich, wenn Wochenende wieder ist. Geile Rutsche. Hab ich Bock? Ähm. Was ist denn da gerade passiert? Aua. Jetski-Achterbahn. Die würde ich auch. Digga, die würde ich tatsächlich gerne fahren, Mann. Ich glaube, die ist bestimmt richtig nice. Der Golfball landet on this alligator. It's his ball now. Der Golfball ist auf dem Alligator gelandet. Zehner, wenn du den wegchippst. Ich gebe euch einen Zehner, Digga, wer den vom Alligator wegchippt. Mit dem Golfball, Digga. Du hängst da so. Wenn du den einmal triffst, Bro. Du bist tot. Gut. Ich schwör's dir, machen wir 100 draus. Oh, nee. Diggi, also, ich sag, ich sag, Fuffi Max, ne? Fuffi Max. Also, mehrlich. Leute, like, like, wer die Wette annehmen würde. Wer wird, wer wird den Golfball vom Krono, den Deal runterchippen, Digga. Wow, was ist das denn? Wo ist das? Da will ich auch mal hin, Mann. Gottlos. Einfach gottlos. Geile Rutsche. Einfach Gaming Monitor hat sich ein bisschen angepasst. Weiß ich nur, ob ich das brauche. Was geht hier ab? Uh, heftige Bikerstrecke. Sowas auch so lebensgefährlich, Leute. So krass, wenn man sich da aufs Maul legt. Aber hat er gut genommen. Das ist ein Rotpanda, ne? Die sehen so niedlich aus. Ey, Rotpanda, so ein süßes Tier. Geht hier auf dem Fahrrad ab, warum macht man sowas? Ey, wie der Hund hochspringen, wie cool. Warum hat so ein Roller Pedale? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Basketball auf dem Schiff, Junge. Yo, krass. Da musst du Angst haben, dass du runterfällst, ey. Cheese as much as this one does. Boah, der hat den ganzen Käse aufgeschmatzt, ne? Aber, Leute, tut mir einen Gefallen. Födert eure Hunde nicht mit so einem Müll. Das ist nicht cool. Das ist allerdings ziemlich cool. Ich, wenn ich umziehe. Bruder, kein Geld. Anhänger, zu teuer. Auf, Bus. Ey, nee. Das kann nicht gesund sein, Leute. Bruder, der hat ein TV, der hat ein Fernseher aus seinem Kopf und fährt Fahrrad, Mann. Was geht denn bei dem ab? Er ist in einem Glasboot. Einfach eine Seeschlange gewesen. eine Limo mit einem Löwen oben drauf? Crazy. Der Hund wird gleich sauer, ne? Der Hund wird gleich sauer. Safe. Doch nicht. Cooler Regenbogen auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Aber ich glaube, das Bild passt nicht mit der Frau da zusammen. Einfach Pferde schmusen. Ja, das ist vielleicht auch ganz cool. Ich glaube, an so eine Situation erinnert man sich. Aber so ein Pferd wiegt doch voll viel, oder nicht, ne? Geile Rutsche in Australien. Geile Rutsche, Leute. Sehe ich mich? Sehe ich mich absolut? Was geht denn da ab? Das ist auch eine sehr, sehr geile Idee. Gut gemacht, würde ich sagen. System gedribbelt. Aber schon traurig anzusehen, wie die Pferde da auf Zwang bewegt werden müssen. Wer kennt's nicht? Schatz! Ich hab ein paar Sachen eingepackt. Nur ein paar. Ja, was hast du denn dabei? Ein Rucksack? Okay. Digga, dann diesen. Uff, das sind behinderte Hunde, oder was? Oh. Geil. Billardtisch wurde umfunktioniert zu einem normalen Tisch. Das find ich smart, Leute. Das find ich richtig smart. Muss ich schon sagen. Das ist ein geiler Tisch. Wild. Toiletten in der Zukunft. Auch geil. So eine Glastoilette würde ich schon fühlen. Die muss aber sauber sein, ne? Einfach die Katze am Rückwärtslaufen, auch nicht schlecht. Tiere und Laufbänder, das ist doch gottlos. Ich glaube, der Typ ist ein bisschen zu klein für Leiter tragen. hier ist ein Hack für die nächste Zeit, wie du gesagt hast, du kannst nur einen Slice der Pizza haben. Der isst seine Pizza mal eben ganz fix. Ich bestelle mir heute einfach eine und mache das auch. Warum macht man das? Was soll das? Warum macht man sowas? Oh, das sieht richtig witzig aus, Mann. Oh, das sieht richtig witzig aus. Digga, wie cool. Einfach Mario Kart auf chillig. Ey, Leute, guck mal, was für ne Profis das sind. Was geht bei dem Hund ab? Holy moly. Einfach Sandwich Portemonnaie geworden. Weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Warum denn so? Heb doch einfach hoch. Er geht mit seinem Vogelgassi. Total gut. Was sind das für Dinger? Das Capibara? Die sagen mir nichts. Alles hab ich schon gesehen, ne? Du kannst dein McDonald's, was du isst, direkt wieder abtrainieren, aber ist völlig unnötig, Mann. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, macht die 100.000 Abos voll, würde ich mich freuen. Digges Küsschen. Deno, out.